Meine lieben Follower, es ist Zeit des Abschiednehmens, das Jahresende naht, mein Mandat läuft aus. Es war mir eine Ehre, für die Schweiz in der Landesregierung wirken zu können. Sie haben mich verfolgt, Sie haben reagiert, Sie haben mich gestützt, ich danke Ihnen dafür, auf das Herzlichste. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg in der Zukunft, wir treffen uns wieder, vielleicht sogar auf Twitter, unter anderem Adresse, unter anderem Namen. Bleiben Sie gesund, gute Festtage, alles Gute im neuen Jahr. Tschüss.